Wie lange haben Menschen im Durchschnitt Sex von dem ersten Eindringen bis hin zum Orgasmus und zur Ejakulation des Mannes? Hierzu gab es in der Vergangenheit einige Studien und diese Studien wollen wir uns in diesem Video anschauen, behandeln und dann aber auch die Frage klären, reicht das oder reicht das nicht? Es gab da vor einiger Zeit eine relativ groß angelegte Studie in der University of Kentucky, da wurden, sage und schreibe, circa 14.000 bis 15.000 Menschen nach der Länge ihres Sexes befragt. Was dabei rauskam, war, dass der durchschnittliche Wert der Sexlänge circa 10 Minuten ist, von der ersten Penetration bis hin zur Beendigung des Aktes letztendlich. Jetzt darf man hier dazu sagen, dass die Befragten das Ganze nach eigenem Empfinden beantwortet haben. Das heißt, die haben nicht gestoppt, sondern die wurden einfach gefragt und haben ihre Schätzung abgegeben. 10 Minuten kam dabei raus. Da wir jetzt aber alle wissen, wie schwierig das ist, die Länge des Sexes selber einzuschätzen, weil man sich ja beim Sex in einem sehr spezifischen, speziellen Zustand befindet, ist diese Zahl der 10 Minuten wenig aussagekräftig. Es gab noch eine weitere Studie, in der wurden Paare darum gebeten, die Zeit zu stoppen, von dem ersten Eindringen bis hin zum Höhepunkt. Diese Studie ist an und für sich schon mal wesentlich aussagekräftiger auf der einen Seite. Auf der anderen Seite durch die Tatsache, dass nur 500 Paare hier an der Studie teilgenommen haben. Auch wieder nicht besonders aussagekräftig und natürlich auch schon allein beeinflusst dadurch, dass Paare, wenn sie die Zeit stoppen, wahrscheinlich anders Sex haben, als wenn sie einfach so Sex haben. Nichtsdestotrotz, der durchschnittliche Wert, der herauskam bei dieser Studie, wo die Paare wirklich gestoppt haben, war 5,4 Minuten von dem ersten Eindringen bis zur Ejakulation bzw. bis zur Beendigung des Aktes. 5,4 Minuten. Hier muss man allerdings auch dazu sagen, dass es eine sehr, sehr hohe Diskrepanz gab zwischen den niedrigsten und den höchsten Werten. Der niedrigste Wert lag bei 33 Sekunden und der höchste Wert wiederum bei 44 Minuten. Das heißt, die Variabilität der Länge des Sexes scheint extrem zu variieren. Es gibt Paare, die haben eine Dreiviertelstunde penetrativen Sex und andere 33 Sekunden. Nun gut, jetzt dauert also Sex 5,4 Minuten. Das ist der akkurateste Durchschnittswert, den es so gibt. Es gibt noch weitere Studien, natürlich zahlreiche. Zum Beispiel gab es eine große Umfrage, die länderspezifisch gemacht wurden, wo Menschen aus allen Ländern befragt wurden. Und da zum Beispiel schnitt Deutschland mit einer durchschnittlichen Sexdauer von um die 10 Minuten ab, wohingegen zum Beispiel andere Länder der Spitzenreiter waren, Nigeria, bei 17 Minuten gelandet ist. Also was wir sehen ist, je nachdem, welche Studie man glauben will, die Zahlen variieren extrem. Aber lasst uns mal der Einfachkeit halber diesen Wert von 5,4 Minuten nehmen und darüber reden. Reicht das oder reicht das nicht? Jetzt ist natürlich hier immer die Standard-Experten-Meinung. Wenn man einen Experten fragt, hey, reichen 5,4 Minuten oder nicht? Ist ja immer die Standard-Antwort, es kommt drauf an oder naja, das ist ja ganz individuell. Jetzt weiß ich aber natürlich, dass dich diese Antwort äußerst langweilen würde. Deswegen lasse mich die Frage vielleicht erstmal ganz plump, plakativ und populistisch beantworten. Wenn du mir die Pistole auf die Brust setzen würdest und sagen würdest, Gavin, du darfst auf die Frage reichen 5,4 Minuten, ja oder nein, würdest du mir die Pistole auf die Brust setzen und ich muss entweder ja oder nein sagen, dann würde ich sagen, nein, das reicht nicht. Weil in 5,4 Minuten nicht alles möglich ist, nicht alles umzusetzen ist, was guter Sex am Ende des Tages wirklich hergeben kann. Jetzt lass mich aber auch von dieser Aussage direkt zwei, drei Meter zurückrudern. 5,4 Minuten ist ein Wert, wo viele Menschen, viele Paare sagen, das passt. Ja, das ist gut, das ist okay, ich bin zufrieden. Genau so, wie du vielleicht zu einem Italiener um die Ecke dich ins Restaurant reinsetzt und du isst eine Pizza und es ist halt, es ist halt am Ende des Tages eine Pizza und Pizzen sind meistens lecker. Ist es die beste Pizza deines Lebens, ist es eine herausragende Pizza? Nein, es ist einfach so eine, ja, es ist halt so eine durchschnittliche Pizza und da sagst du, hey, ich bin satt, das war lecker, alles gut. Wenn du aber vielleicht um die Ecke rum noch einen weiteren Italiener hast und der liefert dir einfach die besten, exquisitesten Pizzen, die du je gegessen hast und du hast einen Geschmack dafür bekommen und gehst jetzt zurück zu dem Italiener, der dir diese durchschnittliche Pizza liefert, dann würdest du vielleicht sagen, naja, im Angesicht der Pizza, die ich letzte Woche gehabt habe, ist das jetzt nicht mehr so befriedigend. Was ich damit sagen möchte, ist, die meisten Menschen wissen nicht, was sie nicht wissen. Viele Frauen sind sich zum Beispiel nicht darüber bewusst, dass sie in der Lage dazu wären, theoretisch beim Sex mehrere Orgasmen zu haben, zwei, drei, vier, fünf Orgasmen zu haben. Viele Männer sind sich nicht bewusst darüber, dass sie ihre Erregung viel, viel besser steuern und kontrollieren könnten und so einen Spannungsbogen innerhalb der Sexualität aufbauen können, der sich über wesentlich längere Zeit erstreckt und sich viel, viel stärker nach oben eskaliert und einer viel, viel intensiveren Ekstase und Erfüllung und intensiveren Orgasmen mündet, als das in 5,4 Minuten jemals möglich wäre. Aus diesem Grund sage ich auch, wenn du mir die Pistole auf die Brust setzt, nee, 5,4 Minuten ist in meiner Wahrnehmung zu wenig, weil ich einfach weiß, was Sexualität hergeben kann, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Was nicht heißt, dass 5,4 Minuten für guten, befriedigenden Sex reicht, aber man kratzt dann halt an der Oberfläche von dem, was Sexualität hergeben kann. Deswegen empfehle ich das immer allen Paaren, an sämtlichen Hemmnissen oder Blockaden, die die Dauer des Sexes limitieren, einfach liebevoll und spielerisch gemeinsam heranzugehen und diese Hemmnisse zu überwinden, sodass man einfach, wenn Sex vorher eine zufriedenstellende 4 von 10 oder 5 von 10 gewesen ist, man an den Punkt kommt, dass man sagt, wow, Sex ist für uns einfach jedes Mal, wenn wir das haben, ein absolut atemberaubendes, verbindendes, hochintimes, intensives, ekstatisches Erlebnis. Das ist das, was ich jedem Paar da draußen, jedem Menschen da draußen wünsche. Und was ich sage, das ist auch für jedes Paar und jeden Menschen im Angebot. Egal wie groß der Penis ist, egal wie die Grundvoraussetzungen sind, wenn man jetzt vielleicht mal von schweren Erkrankungen oder Operationen oder der Zunahme von intensiven Arzneimitteln mal absieht, ist das für jeden im Angebot. Und es lohnt sich auch, das zu verfolgen. Deswegen sage ich, 5,4 Minuten ist okay. Aber es geht viel, viel mehr und Sex kann viel, viel schöner auch noch sein als das. Das ist mein Take zu dieser Thematik. Wenn dich jetzt interessiert, wie du längeren Sex gestalten kannst, wie du länger durchhalten kannst, dann packe ich dir zwei Videos unten in die Videobeschreibung rein, die dir genau das erklären. Viel Spaß damit.